und der prächtig oder so herzteilten konzern dort weil der hochkomm ich irgendwie nicht man weiß es noch nicht so genau zumindest kann ich schon beschrieben das ist schon mal eine erweiterung muss man einfach so sagen naja das ist hier der wasserstrudel genau so und schauen wir uns hier noch irgendwas kippt außer zora die das ist schon auch noch im wasser weg war ich jetzt hier hinten schon ja war ich schon okay gut dann nehmen wir mal den mal gucken also wie die wasserwege untereinander verbunden sind das ist bleibt mir trotzdem reißen wie so ein kleiner see mit dem riesen fluss oder wie auch immer verbunden sein kann allerdings kann man das auch ehrlich gesagt wurstig sein wir gehen jetzt mein schloss die 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 drüben dem titel tun dem tun die 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 das macht das wert ist schon geringfügig stärker wie das alte schwert na gut tötet die mit einem schlag sehr schön die 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 dünne bildungen und auf jeden fall haben wir auch mal europäne weg das ist auch sehr gut auch wenn die flossen mit 500 schon ganz schön teuer sind allerdings ist mir das wirst und wo laut zu sie wieder einen umweg gehen und ich könnte mal suchen dass hier wo ich hinkomme ich immer schwimmen will allerdings sieht das so aus jetzt kann man hier ist und hier kann man wieder hochschwimmen das ist bullshit also wieder raus außerdem geht es hier nicht weiter hier lasst mich mal ruhe die 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 kündigen typen und das heute ist stark okay wer klüßt wir um von mir aus der schluss wir gehen hier rein okay lassen wir uns doch mal überraschen was da so geht das ist wieder standardmäßige schloss gedönse das kennen wir bereits als wir müssen so hoch ich glaube ich weiß worauf die hinaus wollen oder wohin wollen so okay das ist hier das ding der geheimgang moment hier ging es aber irgendwie noch raus da war doch irgendwas oder ist das hier dann falsch dann müssen wir doch noch mal runter dann ging es irgendwo anders auch hoch und dann ist das wichtig mann 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 verwirrend alles nach lasst mich hin was hier vielleicht ein bisschen wie nicht das schaut gut aus könnte genau ja die wollen hier drauf hinaus master schwert und weggeschnetzel die barriere einfach so auch die werfen werde ihre blöden ihre blöden morgensterne oder ja 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 die blöden morgensternwerfer jeder kennt sie jeder hast sie so oft hier hat mann hilfe ach die ließ das ist das letzte ja kaputt ja super weiter geht's ich wollte mir noch starken waffen auswachen auswachen blablabla blablabla ein schlüssel der ist das was wenn man hier die lampe ausrüsten gut da nicht wenn es mir nichts bringt wieso soll ich dann machen sind das bitte für vier oh mein gundes augen blöden wachen da haben das hat jetzt irgendein schalter gedrückt so wie es aussieht irgendwie da geht es hier irgendwie runter muss man das anzünden macht die sache ein bisschen einfacher so dann sieht man wenigstens was hier los ist gut da hätten wir hier eine truhe mit einem schlüssel das ist nur die frage wo man den braucht da war doch jetzt nirgendwo eine tür oder bin ich blöd das erklärt die sache so gemein, wenn man hier nichts sieht. Okay. Okidoki. Oh man. Abgründe. Und schön. Mhm. Om nom. Die, 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 die. Zündel, zündel. So. Hallo Mister und ciao. Um. Die, 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 die. Nein, 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 nein. Ah, da ist ein Schlüssel. Om nom. So, gleich noch mal paralysiert. Und gut. Achso, jetzt ist die Tür wieder offen. Verstehe, okay. Mei, mei, mei. Was ist hier nur los? Hm, das werden wir gleich geblockt haben, mein guter. So, und da oben ist wieder eine Tafel von Mr. Saharassler, so wie es auch seht. Hör gut zu links. Selbst mit dem Master Schwert kannst du den Zauberer nicht bezwingen. Finde einen Weg, seine böse Magie auf ihn zurückzuschleudern. Äh, könnte vielleicht mit dem Boomerang funktionieren. Ei, 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 mensch. Was ist hier nur los? Selbst mit dem Master Schwert kannst du ihn nicht besiegen. Das klingt schon wieder so beruhigend. So beruhigend. Ja, komm halt her. Was ist mit dir? So. So einfach geht das. Bomben, Herzen, Nischt, Pfeile? Habe ich eigentlich schon mal Pfeile verwendet? Ich glaube nicht. Sehr schön. Ach, komm. Also noch, sonst geht es aber auch recht gut, ne? Ihr könnt doch nicht hier Morgensternwerfer einbauen und dann alles so miteinander und so. Komm. Hi. Vor allem kann man die nicht paralysieren. Das ist der größte Bullshit auf Doom. Meiner. Vielleicht geht das so sogar. Schauen wir mal, ob man die mit dem Boomerang auch töten kann. Wäre mir recht. Obwohl ich schon lange weiter könnte, weil die Tür ist offen. Ach, leck mich. Tschau. Donnerwetter, Donnerwetter. Das war mal wieder klar. Hey, jei, 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 jei. Blocken, alles blocken. Block, 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 block. Schnetzel, block, 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 block. So. Hei, jei, jei. Joey, Joe. So, ich mach mal zur Sicherheit was. Man weiß nie, was jetzt hier kommt. Oh, Mann. Vor allem mit diesen Herzen. Das ist ja schon... Oh, Gott. Ha, Link. Schön, dass du gekommen bist. Ich habe auf dich gewartet. Endlich kann ich selber vor deinen Augen verschwinden. Lassen sie genau hin. Noch siehst du sie in ihrer ganzen Anmut. Und, äh, aber nicht mehr lange kleiner. Mhm. Jetzt ist sie weg. Das ist schön. Na, bitte. Damit ist das Siegel des Siebenweißen endlich gebrochen. Haha. Nun wird es nicht mehr lange dauern, bis das Böse in Hyrule seinen Einzug hält. Nicht einmal der Held der Legende kann uns jetzt noch aufhalten. Haha. Die goldene Macht ist mit uns. Mach's gut, kleiner. Ah, ja. Das sieht verdammt so aus, ne? Weil man hier nicht raus kann, wie wenn da hinten irgendein Geheimgang ist. Aha. Schnitzel, Schnitzel. Okay. Du möchtest mich zu einem Duell herausfahren? Nichts lieber als das. Oh, mei, oh, mei. Ha, 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 ha. Okay, man muss es einfach mit dem Masterstube zurückschleudern. Ich verstehe. Gut zu wissen. Schleuder, 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 schleuder. Okay, das kann man so hauen. Dann geht es wahrscheinlich nur um die anderen Kugeln. Um die Kugeln. Ne, das ist wieder die. Au. Yeah. Ach, dieses Geräusch nervt mich schon wieder. Oh, mein, oh, mein, oh, mein. What that? Du na, wetter, du na, wetter. Die muss zurück. Ja. Sehr gut. Oh, nein. Die nicht. Die kannst du behalten, mein Juter. Na, eigentlich genau wie das. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Ich denke mir hier. Ja, die kriegst du wieder von mir. So. Die, 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 die. Ja, genau. Voll in Blätten. Schauen wir mal, wo es jetzt wieder losgeht. Na gut, könnte mal von hier wieder anfangen. Komm, wir probieren es noch einmal. Ach, nö. Nö, nö. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich bin schon wieder de-pri. Okay, wenn es euch gefallen hat, bitte kommentieren, abonnieren, wenn ihr möchtet. Nicht gut bewerten. Ansonsten bin ich da zu 1.05 und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Bis dann und ciao, ciao.